Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer zur neuesten Ausgabe von Oase TV. Auch wenn wir gerade noch die wärmenden Sonnenstrahlen genießen möchten, dann können wir uns sicher sein, der nächste Winter, der kommt ganz bestimmt. Gerade für Teichbesitzer heißt es jetzt schon rechtzeitig Vorbereitungen zu treffen, um den Teich winterfest zu machen. Aber keine Sorge, Schal und Mütze, die können Sie noch ein bisschen im Schrank liegen lassen. Das sind heute zunächst die Themen der Sendung. Oase vor Ort. Bereits zum zweiten Mal vergibt Oase Preise für außergewöhnliche Gartengestaltung. Oase TV präsentiert Ihnen den Water Creation Award 2012 und stellt Ihnen den stolzen Gewinner vor. Oase Thema. Teichpflege im Herbst und Winter, wir geben Ihnen hilfreiche Tipps. Oase Experteninterview. Boris Klotz, Produktmanager bei Oase, erklärt uns, wie sich die Teichbiologie bei Kälte und Frost verändert und welche Auswirkungen das insbesondere auf den Fischbesatz hat. Außerdem Oase Technik. Mit dem Ice Free Thermo wird allen Teichbewohnern die Überwinterung leicht gemacht. Wir zeigen, wie der ganz besondere Eisfreihalter von Oase funktioniert. Und schließlich Oase Gewinnspiel. Gewinnen Sie mit Oase einen Pondowag 4 Teich- und Poolsauger. Oase TV ist Ihr Gartenmagazin. Darum freuen wir uns sehr über Ihre Anregungen und Ihre aktive Teilnahme an unserem Programm.